Ich lerne Deutsch. Nummer 16.034 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Therapie hat geholfen. Mein Knie ist wieder so beweglich wie vorher. Die Therapie hat geholfen. Mein Knie ist wieder so beweglich wie vorher. Heute ist mein erster Tag auf dem Gabelstapler. Hoffentlich mache ich keine Fehler. Heute ist mein erster Tag auf dem Gabelstapler. Hoffentlich mache ich keine Fehler. Heute ist mein erster Tag auf dem Gabelstapler. Hoffentlich mache ich keine Fehler. Welche Fähigkeiten sind in der Ausbildung zum Koch besonders wichtig? Welche Fähigkeiten sind in der Ausbildung zum Koch besonders wichtig? Welche Fähigkeiten sind in der Ausbildung zum Koch besonders wichtig? Diese Videos helfen dir bei der Verbesserung deiner Sprachkenntnisse und beim Erlernen der deutschen Sprache. Diese Videos helfen dir bei der Verbesserung deiner Sprachkenntnisse und beim Erlernen der deutschen Sprache. Das Buch hat eine schlichte, aber fesselnde Handlung. Das Buch hat eine schlichte, aber fesselnde Handlung. Betont, dass die Handlung einfach ist, aber dennoch spannend. Wie viele Menschen arbeiten im Krankenhaus? Wie viele Menschen arbeiten im Krankenhaus? Sie vermitteln Wissen, Fertigkeiten und Werte. Und gib uns bitte ein Like.